Herzlich Willkommen bei Rohkost einmal ins Rohkostrücken. Heute geht es darum, warum ich auf unbestimmte Zeit keine Bananen mehr essen werde. Denn wir sind gerade nämlich für vier Wochen im sonnigen Spanien und zwar in Malaga. Und hier ist es noch, im Vergleich zu Deutschland ist es hier noch echt recht spätsommerlich. Gestern hatten wir 22 Grad, die Sonne hat fett geschienen. Und das Schöne daran ist natürlich auch, das Früchteangebot ist hier einfach bombig. Nicht so wie in Deutschland in dieser Jahreszeit, sondern es gibt hier echt richtig, richtig viel Auswahl. Ein bisschen was liegt hier vor mir und das geilste ist, es ist alles einfach mal regional. Es kommt alles aus der Umgebung, aus dem Kreis Malaga, aus der Berlusien. Wir haben super, super leckere Birnen, die auch schon richtig reif sind. Dann haben wir Kakis am Start, Kakis sind gerade in Season und Kakis sind supergeil süß. Mangos hier, ich bin ein unglaublicher Mango-Fan und wie du es hier siehst, diese Mangos, das sind solche Tiere. Das sind nicht wie diese komischen Supermarken Mangos, die in Deutschland verkauft werden, die in steiner Art sind und so, sondern die sind richtig geil. Wenn du die kaufst, kannst du die schon essen, kannst du auch noch einen Tag liegen lassen, aber kannst du auch schon essen, sie sind schon weich. Super süß. Dann gibt es hier Sherimoyas, meine neue Liebe. Oh mein Gott, Sherimoyas sind so geil, wenn du sie noch nicht kennst, musst du unbedingt ausprobieren. In Deutschland sind die ziemlich teuer, werden meistens stückweise verkauft, so für 2, 3, 4 Euro pro Stück. Hier werden die einfach mal kiloweise abgewogen, kosten nicht mehr als Äpfel und die sind so geil süß und die reifen innerhalb von ein paar Tagen. Das ist mir auch aufgefallen, weil es hier einfach viel sonniger ist, reifen die Früchten schneller. Ich habe die Sherimoyas vor 2 Tagen gekauft, sie war noch steinhart und jetzt kann ich sie jetzt schon essen, guck mal hier, ich kann sie schon eindrücken. Total geil. Dann gibt es natürlich Orangen hier, Orangen sind auch super günstig, kommen auch von hier und die Äpfel sind auch von hier. Und was ich damit sagen will, es gibt einfach mal so fresh viel Auswahl von süßem, süßem Obst, das direkt hier aus der Umgebung kommt. Und dann dachte ich mir so, warum soll ich denn dann Bananen kaufen, die aus Costa Rica eingeflogen werden, aus Ecuador, aus Kolumbien und wo auch immer. Einmal um den halben Globus geschickt, wenn ich einfach mal das super süße Obst mir gönnen kann, was direkt von hier kommt. Denn in letzter Zeit merke ich einfach immer wieder, es hat super viele Vorteile regional einzukaufen. Ihr habt auch noch mal einen Link zu einem Video eingeblendet, das wir vor ein paar Tagen gedreht haben, wo es genau darum geht, warum man das machen sollte. Und außerdem, es ist auch einfach viel billiger so. Die Äpfel, die Orangen, es ist alles super günstig. Gut, Bananen sind natürlich hier auch nicht teuer, Bananen sind eigentlich nirgendwo teuer. Aber in Deutschland ist es ja oft so, dass die Bananen einfach mal sehr, sehr erschwinglich sind und gut satt machen und sowas. Und alles andere Obst ist ziemlich teuer im Vergleich. Und da fällt es mir dann schwer. In Deutschland habe ich auch immer bisher viele Bananen gegessen, weil es halt einfach eine gute, gute Sattmachquelle ist. Ist aber hier, wo es das alles gibt, auch zu einem sehr, sehr akzeptablen Preis. Warum soll ich denn dann die ganzen Bananen kaufen, die einfach mal hier eingeflogen werden? Und wenn du jetzt sagst, ne, kann ich niemals machen, wie soll ich denn ohne meine geliebten Bananen auskommen? Da wäre ich doch überhaupt gar nicht satt. Habe ich mir auch gedacht. Allerdings, wir sind jetzt schon im zweiten Tag der No Bananas Challenge. Und ich kann nur sagen, ist gar nicht so schwer, wie ich gedacht hätte eigentlich. Also gestern hatte ich zum Frühstück einen großen grünen Smoothie, anderthalb Liter. Bestand aus Mango, Kaki, Birne, Apfel, Spinat und Minze. Und der war so geil. Vorher dachte ich ein bisschen, ohne die Bananen habe ich immer nicht so die Süße dabei. Bin ich hinterher eine Stunde später schon wieder hungrig. Aber nichts ist. Kaki und Mango sind so geil süß und sind auch ordentlich satt machen so. Das ist aber auch kein Problem. Zum Mittag hatte ich eine fette Portion Apfelmus. Habe ich mit Birnenstückchen reingeschnitten und Datteln. Das ist halt auch richtig satt gemacht. Ein bisschen Minze drüber. Und am Abend großen Salatteller mit bunt gemischtem Gemüse. Ein bisschen Avocado rein, ein bisschen Mango drüber, Sprossen, Datteln. Einfach mal alles, was ich gerade so da hatte. Ein bisschen Mandarinsaft rübergepresst. War super lecker. Und zum Nachtisch hatte ich noch eine von meinen kleinen Chewy Moja Schätzen. Und noch ein paar Datteln. Und dann, am Ende des Tages so, keine Bananen gegessen. Und ich war super zufrieden. Es war richtig lecker. Es war auch easy. Ich musste mir nicht den ganzen Tag den Kopf zerbrechen, was ich denn jetzt esse, damit ich satt werde. Also, ich kann nur sagen, No Bananas läuft auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, wie es heute weitergeht. Bin gerade aufgestanden. Jetzt gibt es gleich wieder einen grünen Smoothie. Mal gucken, was reinkommt. Ich denke mal, die Kumpel von gestern hat mich ziemlich vom Rock gegangen. Da werde ich wieder in die gleiche Richtung tendieren. Mal schauen. Ich kann dir nur empfehlen, probiere es doch auch mal aus. Jetzt vielleicht in Deutschland um diese Jahreszeit ist es vielleicht ein bisschen schwierig. Dann vielleicht nicht No Bananas, sondern einfach mal Half Bananas im Vergleich zu dem, was du sonst isst oder sowas. Aber versuche ruhig mal, die Bananen ein bisschen runterzuschrauben. Du wirst sehen, dadurch wirst du viel kreativer. Merkst einfach mal, was es sonst noch so alles gibt, was man stattdessen kann. Stattdessen essen kann. Karkis sind ja auch gerade in Deutschland. All over the place. Also die sind ein super guter Ersatz, merke ich. Weil die geben auch schön die Süße und machen einfach satt. Ja, probiere es ruhig mal aus. Wenn du sagst so, ja, geile Idee, gib diesem Video einen Daumen nach oben. Wenn du sagst so, was, keine Bananen, komme ich nie mit klar, gib diesem Video einen Daumen nach unten oder schreib es in die Kommentare oder mach es einfach nicht, wie du willst. Ist auch überhaupt kein Problem. Ich kann es dir nur empfehlen. Für mich funktioniert es gerade bombig. Ich lerne dadurch voll viele neue Kreationen kennen und es macht richtig Bock. Und es ist eine feine Sache. Wir sehen uns im nächsten Video. Damit du es nicht verpasst, drück einmal auf den Abonnieren-Button. Schau einmal bei Instagram vorbei. Da poste ich natürlich jeden Tag, was es denn so bei mir zu essen gibt. Ohne Bananen. Zumindest für die nächste Zeit. Da gibt es spannende Dinge. Wir sehen uns im nächsten Video. Lass es dir gut gehen. Ciao. Herzlich Willkommen beim Rohkostein. Heute gibt es fünf Gründe, warum es besser ist, regional einzukaufen. Das ist auch eine Rechts haben, die auf der Stelle. Ich werde es tatsächlich direkt hin камern. Ich mache es einfach mal.